Musik So, also müssen wir das auch gut hinkriegen. Oh, da ist der Nachfuchs, hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, wir beide sind heute hier, um zu zeigen, Rot-Grün kämpft auch gemeinsam in diesem Wahlkampf. Natürlich kämpft jeder um das Beste für seine Partei, aber wir wollen am Ende gemeinsam regieren und dafür braucht es starke Rote und starke Grüne und deshalb heute auch mal gemeinsam unterwegs. Genau, ich finde das auch. Wir haben auch bewusst eine Stadt ausgesucht, in der es auch Rot-Grün gibt, in der eine Frau an der Spitze der Stadt steht, weil wir gemeinsam gerne als Doppel Nordrhein-Westfalen weiter regieren wollen. Und heute ist Bochum auch Standort, weil es ja auch darum geht, die Interessen des Ruhrgebiets und die Interessen Nordrhein-Westfalens in Berlin stärker geltend zu machen. Auf Wiedersehen!